So, die Staubgäste Also quasi für die Staubgäste Schönen Gruß von Kurtl Der ist normalerweise der Erste, der da auf die Bühne geht um die Band dann zu sagen Der hat durchgefahren Schade Aber wir sind da um Ihnen die Protagonisten des heutigen Abends näher vorzustellen Ladies and gentlemen, please welcome das Publikum Come on, clap your heads, come on Applaus Prayer Applaus embass Ein Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020